Eine Aussage ist ein Satz, der entweder objektiv wahr oder falsch sein kann. Man sieht hier einige Beispiele für Aussagen. Nachts ist es dunkel, die Erde umkreist die Sonne, Thomas Gottschalk ist Bundespräsident, es gibt unendlich viele Primzahlen, es gibt intelligentes Leben auf anderen Planeten, der Mann isst Brot. Es ist nicht entscheidend, dass zum jetzigen Zeitpunkt feststeht, ob diese Aussage wahr oder falsch ist. Es gibt ja durchaus hier unten zwei Aussagen, von denen wir im Moment gar nicht entscheiden können, ob sie denn richtig sind, also wahr sind, oder ob sie das nicht sind. Der Mann isst Brot, dazu müssen wir erst einmal den Mann kennen oder wir müssen ihn zumindest sehen können. Es gibt intelligentes Leben auf anderen Planeten, nun, das nimmt man sicherlich an, aber einen Beweis dafür hat man noch nicht gefunden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!